Right? Ja. Viel Spaß bei 21 Guns. Hi! Wir sind gerade auf dem Weg zur Norris Forst Con. Es ist so ein Star Wars Treffen-Convention. Und ja, wir sind heute auf dem Weg. Der Autobahn. Mich am Fahren. Hallo. Richtig. Hallo. Steffi. Servus. Ja, und dann sehen wir uns, wie wir dort sind. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ganz allein fang ich sie mir. Ich kenne die Gefahr. Ich schreife durch das ganze Land. Ich suche weit und breit. Lass Pokémon, um zu verstehen, was ihm diese Macht verleiht. Pokémon, komm schnapp sie dir. Komm, schnapp sie dir. Komm, schnapp sie dir. Komm und schnapp sie dir. Komm, schnapp sie dir. Egal wie schwer mein Weg auf ist, ich nehme es in Kauf Für den Platz, der mir gehört, ich gebe niemals auf Ich lerne von dir und du von mir Pokémon, komm schnapp sie dir, komm und schnapp sie dir, Pokémon Hey, 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 hey! Hallo, wir sind jetzt endlich angekommen an der Norris Force von Ehe-Rofen Seht's nicht? Steht zwar nichts, aber da geht's auf jeden Fall ums Dorfusen Und wir sind da gerade in so einer coolen Box drin, da kann man einfach was machen Aber wir sind cool und machen eine gute Wunde Und jetzt schauen wir mal, was jetzt abgeht Genau, also die mag ich jetzt einfach mal den ganzen Tag fit, was ich will Also, was ich jetzt will Also, was ich jetzt will Egal, es tut mir die Zeit und ich bin, was ich will So, was ich, ich bin jetzt Nope, es geht's Und ich bin, und ich will die Tag, was ich So, was ich will? So, ich bin jetzt hier, noch mal Ich bin, jetzt will ich jetzt auf jeden Fall Ich bin gut, ich bin終anchissiert Und ich werde auf jeden Fall Bis zum nächsten Mal. Ihr werdet es nicht glauben, aber schaut mal, wie ich getroffen habe. Ich glaube, ihr verfolgt uns einfach. Ich weiß auch nicht warum, aber ihr verfolgt uns. Oh mein Gott. Ich weiß auch nicht warum. Wir haben nach einer Stunde die ganze Messe gesehen. Wir haben jetzt den Vormittag, Mittag und frühen Nachmittag. Wir haben in Nürnberg auf der Norris Forstkamp verbracht. Wir sind jetzt schon wieder auf dem Halbweg. Wir sitzen wie gewohnt. Ich habe die Städte hinten. Vorne ist mein Beinmann, der Magus. Und der nette Mann am Steuer ist der Michi. Und das war's dann für das Video, oder? Ja. Also, schaut mal nächstes Mal wieder rein, wenn wir irgendwo unterwegs sind, oder irgendwas anderes auf dem Kanal machen. Und Servus. Tschö. 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 Bis zum nächsten Mal.